Elena, Elena, komm zu uns auf die Bühne. Herzlich willkommen, Elena. Schön, dass du da bist. Elena, wie alt bist du? Ich bin zehn. Du bist zehn Jahre alt und du singst für dein Leben gern? Ja. Und du möchtest mal was werden von Beruf später? Opernsängerin. Opernsängerin. Wer ist dein großes Vorbild? Anna Netrebko. Anna Netrebko. Hast du denn auf deiner Playlist auch Billie Eilish und Ariana Grande und sowas? Okay, also Pop auch, Rock auch, aber Klassik hat es dir angetan. Du singst jetzt live für uns einen ganz besonderen Musical-Hit. Memory aus Andrew Lloyd Webbers' Cats. Das ist deine Bühne, live gesungen. Hier ist Elena. Mitnacht, not a sound from the pavement. As the moon lost her memory, she is smiling alone. In the lamplight, the withered leaves collected my feet. And the wind begins to mourn. Memory, all alone in the moonlight. I can dream of the old days. Life was beautiful then. I remember the time I knew what happiness was. Let the family leave again. Every street lamp seems to meet. A fatalistic warning. Someone mutters and a street lamp spotters. And soon it will be morning. Daylight, I must wait for the sunrise. I must think of a new life. And I must give in. When the dawn comes, Tonight will be a memory too. And a new day will begin. Touch me, it's so easy to leave me All alone is the memory of my dear heart to see If you touch me, you'll understand what happiness is Look, when you dream, it's like I've gone Wow! Elena! Und du hast dir die ganze Zeit die Augen zu, ne? So sehr bist du eins mit der Musik. Ganz toll, das zu sehen und ehrlich gesagt auch ganz toll, das zu hören. Das ist ein richtiger Blumenstrauß hier im Haar. Wir drücken dir die Daumen. Nächste Woche bist du im Finale vom Supertalent, ne? Ja. Okay, alles Gute. Toll, dass du heute Abend hier bist und ein Herz für Kinder mit deiner Stimme unterstützt. Okay? Schönen Abend für dich. Bis später. Tschüss. Wow, was für eine beeindruckende Stimme. Ah!